Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fable. Ja, wieso sind wir jetzt schon wieder hier? Das ist ja auch egal. Ich mag gar nicht mehr so darüber nachdenken, ehrlich gesagt. So, was haben wir denn jetzt hier? Eskortiert die Händler im Darkwood sicher zum Grabhügelfeld. Und wir haben ja jetzt letztens jemanden eskortiert, aber das war ja so eine optionale Quest, oder? Jetzt bin ich mal gespannt, was das hier sein mag. Oder ist das dasselbe? Ach Gott. Macht den Quest nackend. Nehmt keinen Schaden. Bei diesem Quest müssen alle Händler überleben. Ja, wir versuchen mal. Nehmt keinen Schaden. Keine Ahnung. Ob das klappt? Ähm, ich möchte ja ungerne so ganz ohne Großtat losziehen. Das wäre ja ein bisschen langweilig. So, jetzt möchte ich gerne mal wissen, wo dieser Typ ist. Ihr wolltet ja unbedingt den Titel Arschgesicht haben, deswegen kaufen wir uns den jetzt mal. Ach, hier ist er doch. So. Nein, Quatsch. Wir kaufen natürlich nicht Arschgesicht. Aber wir holen uns mal irgendwas anderes. Hühnerschreck ist ja jetzt nicht wirklich irgendwie toll. Tortenmeister. Hm, naja. Ist das hier eigentlich vom Englischen abgeleitet? Liberator? Hm. Aber ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Ganz ehrlich. Ein Druide sind wir auch nicht wirklich. Säbelschwinger vielleicht. Ach, was soll's. So, wir kaufen das jetzt. So. Wir sind jetzt also bekannt als Säbelschwinger. Der Darkwood ist gefährlich, oh Held. Ach so, ich dachte, der sagt uns jetzt, yeah. Sie sind absolut toll. So, ihr habt mir noch ein paar Sachen gesagt. Und zwar, dass ich zum Beispiel Elixiere trinken soll. Hier. Weil sich dann dauerhaft meine Leiste verlängert da oben. Und das, ja. Warum nicht? Und ich hab nochmal eine Frage an euch, bevor wir hier loslegen. Und zwar... Ach, haltet doch mal die Klappe da hinten. Und zwar würde mich interessieren, ob es sinnvoll ist, einfach mal so ohne großartig eine Quest zu machen. Einfach hier in den Wald zu gehen und ein paar Wespen zu erschlagen und Räuber und so weiter. Um einfach mal die Fähigkeiten zu skillen. Das, ähm, oder ob ihr sagt, nee, das ist eigentlich Schwachsinn, muss man nicht machen. Äh, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte mal gerade gucken im Tagebuch. Was da Neues steht. Nee, das kennen wir schon. Und dann wollte ich nochmal gerade gucken, Persönlichkeit, wie alt wir mittlerweile sind. Und... 24 sind wir. Okay, das liegt daran, weil wir so viel geskillt haben. Ja. Bastjo, sag ich mal. Bastjo. So, und wen müssen wir denn jetzt eskortieren? Sind das die hier? Bei vielen Quests könnt ihr mit den Großtaten prahlen, die ihr begehen werdet. Und einen Teil eurer möglichen Questbelohnung setzen, um so noch mehr Geld zu verdienen. Okay. Um mit einer Großtat zu prahlen, geht ihr auf das Podium und wählt die gewünschten Großtaten mit der Maus aus. Alles klar. Okay, also, das ist jetzt nicht hier die, die wir eskortieren sollen. Nee, ich möchte jetzt nicht handeln. Ich möchte eskortieren. Oder warten die da oben irgendwo? Ich bin schon wieder komplett verwirrt. Das Spiel treibt mich echt in den Wahnsinn. Ja, die kennen wir ja hier auch noch, ne? Hey, jo. Alles easy. Chill mal ne Runde. So, was haben wir denn da hinten eigentlich überhaupt? Wo sind wir hier? Achso, da geht's nach Bowerstone, ne? Ja, da geht's nach Bowerstone. Da müssen wir ja jetzt nicht unbedingt hin. Wir haben ja eigentlich ne andere Aufgabe. Vielleicht sollte ich mir die nochmal zu Gemüte führen. Bevor wir hier wieder rum eiern. Liebe Klopp. Quests, aktuelle Quests. Händler-Escorte. Eskortiert die Händler im Darkwood sicher zum Grabhügelfeld. Geht durch den Greatwood zu den Händlern im Darkwood. Gottes Willen. Äh, nehmt keinen Schaden. Ach, bla, bla, bla. Geht durch den Greatwood zu den Händlern im Darkwood. Ähm, wo sind wir denn jetzt? Sind wir hier im... Ach, Kinder, wo ist denn der Darkwood? Naja, dann gucken wir uns hier die Dinger an. Hier wird Bowerstone dran stehen. Jawohl. Ähm, da unten kam der ja her. Wo sind wir denn? Achso, da muss ich hier sagen, der soll mir folgen. War das die Nummer 6? Ja, kommst du jetzt mit? Ist das der, den wir eskortieren sollen? Ach, ich hab keinen Plan. Was ist hier los? Wir gehen einfach mal ein paar Wege entlang. Achso, hier geht's gar nicht großartig weiter. So, ich bin mir ja nicht sicher, ob das der Typ hier ist. Äh, hier haben wir noch eine Schrifttafel. Bowerstone-Picknickplatz. Greatwood. Wir sollten durch den Greatwood in den Darkwood, richtig? Dann machen wir das jetzt einfach mal. Ach, das ist alles komplizierter, als ich dachte. Das Spiel wird nicht 100 Folgen gehen, sondern 2000. So, kommst du jetzt immer noch mit? Muss ich dir jemanden eskortieren? Seid ihr da hinten böse? Ja. Die sind böse. Hä, ich hab doch geblockt. War das nicht rechte Maustaus, der Block? Ach nee, mittlere Maustaus. Alles klar. Na, und der da hinter uns, der kriegt wahrscheinlich gerade richtig dick aufs Maul und wir kriegen es gar nicht mit. Ups. So, ja, ja, wir kämpfen uns hier fröhlich durch die Gegend. Kennst du schon den Feuerball? So, wie geht denn das los? Zack. Sehr schön. Ich wollte ja ein bisschen mehr an der Willenskraft arbeiten, aber das ist alles nicht so einfach. Der Schaden ist ja wirklich lachhaft eigentlich hier. Ja, halt doch, das Maul wollte ich gerade sagen. Hallo? Möchtet ihr vielleicht handeln? Ja, was hast du denn so im Angebot? Gegenstände, Tränke, oh, Gesundheitstränke. Fünf, ja, komm, komm mal her. Maximum kaufen, fünf Stück. Machen wir auch mal wieder Willenskrafttrank, Wiederbelebungsviolen. Ach, keine Ahnung, kaufen wir auch mal. Soll der Geiz. So, ähm, ich bin ja da nicht so, ne, eigentlich ja schon, aber was soll's, Wiederbelebungsstränke und so weiter sind generell immer eine schöne Sache und deshalb, ähm, kann man davon wahrscheinlich nicht genug haben. So, ihr habt mir schon gesagt, wenn's dunkel wird, soll ich meine Lampe ausrüsten und so weiter und so fort, ähm, keine Ahnung, wo die rumschwirrt, die Lampe. Oh Mann, immer dieser komische finale Schlag, den er da macht, der macht mich so ein bisschen kirre. So, guckt mal an, der Feuerball ist ja gar nicht mal so übel, der gefällt mir ganz gut bis jetzt. Zack. Ja, dann hau doch ab. Aber, ähm, ich stelle gerade fest, das wird ja nicht der sein, den wir eskortieren müssen, weil der hat gar keine Leiste da oben, ne? Aber kann uns jeder einfach so folgen? Also, ich mein, wenn wir jetzt irgendwie zu irgendjemandem hingehen, können wir dann einfach sagen, ja, komm jetzt einfach mal mit und der rennt uns dann hinterher? Das wär ja crazy. So, Lampe machen wir mal anstatt des Flirtens. Das fällt mir ja ziemlich schwer, aber ich sollte mal aufhören, die ganzen Weimarstände nicht an zu flirten, oder? Aber, so, die Lampe bringt ein bisschen was, die ist nicht schlecht. So, ich weiß gar nicht, Obstfarm, okay, dann wollen wir ja nicht hin. Huch. Kannst du mal bitte hier meinen tollen Titelhändler in Ruhe lassen, Freundchen? Geht ja mal gar nicht. So, wir kamen, wo kamen wir denn her? Ich hab schon wieder, hallo? Ich hab schon wieder hier absolut den Überblick verloren. Aber das soll ja nichts Neues bei mir sein. Das seid ihr ja mit Sicherheit schon gewöhnt. So, jetzt wollte ich gerade ein bisschen hier blocken und so, aber da greifen sie natürlich nicht an. Warum sollten sie auch? So, der ist also auch hinüber. Jetzt euch die Gedärme rausreißen. So. Tot? Dachte ich mir. Wer ist tot? Ich nicht. So, zack. Du bist auch hinüber. Ah, Säbel schwingen. Habt ihr gehört? Der Titel hat sich schon rumgesprochen. Ist er jetzt fertig hier? Nee. Meine Güte, du bist ja echt ein hartnäckiges Wurschchen gewesen. Ähm. Was haben wir denn hier stehen an dem Ding? Fischerhütte. Nein, ich möchte gerne in den Darkwood. Verdammt nochmal, wo mag der denn bloß sein? Hier vielleicht? Bitte, bitte. Ach manu, hier ist irgendein See. Ach man. Aber da stand doch, gehe durch den Greatwood zum Darkwood. Ach so, Fischer Creek. Alles klar. Oh, das tut mir so leid, Leute. Ihr müsst ständig mit dem Kopf auf der Tischplatte hängen, wahrscheinlich. Vor allen Dingen die von euch, die das Spiel schon in- und auswendig kennen. Aber was will man machen? So ist es nun mal. So, hier waren wir doch gerade auch schon, oder? Da war doch die Obstfarm. Ja. Und da hinten kamen wir her. Hab ich da vielleicht irgendwo eine Abbiegung verpasst? Hätten wir da irgendwo rechts oder links gehen müssen? Sind wir hier überhaupt nicht hergekommen? Doch. Und hier ist doch dieser Greif schon wieder, ne? Oh Mann, ey. Nein, nicht Inventar. Fertigkeiten auch nicht. Hellen Status. Quests. Aktuelle Quest. Geht durch den Greatwood zu den Händlern im Darkwood. So, da kamen wir her. Oder ich vergewissere mich jetzt nochmal, ob das wirklich der Fall ist. Aussichtspunkt, ja. Okay, also da sind wir hergekommen. Da hinten leuchtet es ja auch, ne? Ist das jetzt die richtige? Da unten leuchtet es aber auch. Wir gehen jetzt einfach dahin, wo es leuchtet. Das gelbe da rechts, was leuchtet, ist ja unsere Hauptaufgabe. Und das andere, was da leuchtet, ist vielleicht... Ah, da oben ist ja auch irgendwo... Wir gehen jetzt mal einfach hier rein. So, mir langt's. Vielleicht kommen wir ja von der Obstfarm irgendwie auf die andere Seite da. Zum Darkwood. Waren wir da schon mal drin, ne? Kennen wir den schon? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. So, jetzt blinkt es hier überall wie wilde. Da haben wir ja einmal die Aufgabe gegen Whisper. Oder mit Whisper, je nachdem. Eigentlich ja mit Whisper. Wir kämpfen ja mit ihr zusammen. Aber sie hat uns halt diese Herausforderung noch zusätzlich gestellt. So, zum Greatwood-See. Na, no. Ach, Mensch. So, wo geht's denn da lang? Ja, zu dem See wahrscheinlich, ne? Stand ja da gerade. Dann machen wir das jetzt einfach mal und gehen dann hier entlang. Vielleicht müssen wir ja dann über den See. Kommen wir dann vielleicht zu dem anderen Forest. So, hier ist wieder einiges an Gegnern, wie mir scheint. Äh, wo haben wir sie denn da vorne? Äh, oh. Okay, wir haben hier ein paar wieder komische, üble Insekten, wie mir scheint. So, boah, die sind aber ekelhaft. Oder riesengroße, komische, quietschende Viecher. Finde ich ja immer sehr mysteriös. Oh, oh. Es greifen auch noch hinter uns ein paar Viecher an. Ah, Mist. So, wer hat's nicht lange gemacht? Liegt da ein Toter? Habe ich nicht aufgepasst? Oh Gott, nein, bitte nicht. Ich versuche euch ja alle zu beschützen, aber ich bin so unfähig dessen. So, wer bist denn du? So macht man das, Herr. Ja. Genau. Hallo. Äh, regenerieren wir eigentlich kein Leben, außer wir essen was. Äh, das ist ja auch ein bisschen doof. So, was haben wir denn hier eigentlich für ein Dingsbums? Achso, hier haben wir doch mal diese Fiole gefunden, ne? So, wo gehen denn jetzt hier alle hin überhaupt? Wo geht's denn da lang? Ah, eine Wespe. So. Hammer, oder? Wir sind schon echt richtig gut. Er sieht nicht nur freundlich aus, er ist auch sehr freundlich. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Unser netter Protagonist, der immer noch einen Namen braucht. Ah, hier ist eine Schlucht. Zum Great Wood nach Bauers Stone und zur Heldengilde. Ach, Mann. Zu der Schlucht, nö. Ich geh mal eben auf die andere Seite, guck mal da. Was es da Schönes gibt. Vielleicht geht's ja da endlich in den Darkwood. Ich will immer Darkroom sagen. So, warum leuchtet denn die Fünf da so auf? Achso, weil wir die Lampe noch anhaben. Oh, guck mal hier. Ein paar Tote. Oh, lecker. Ein Äppelchen gefunden. So, was bist du für einer? Liegst da irgendwie tot rum? Ja, fünf Schlüssel. Naja. Ich geh einfach mal davon aus, dass es besser ist, wenn wir die Schlüssel erstmal sammeln. Oh, Mann. Eingang, Ausgang. Kamen wir da nicht her? Oder wo kamen wir her? Ach, Mann. Ich bin so verwirrt. Was ist denn das da? Ah, ein Schlüssel. Juhu, wunderbar. Brücke, unpassierbar. Ja, das sehe ich. Aber schön, dass das nochmal dran steht extra. Also, ich denke mal, wir sammeln erstmal ein paar Schlüssel und machen dann lieber Kisten auf, die etwas größer sind. Also, die dann irgendwie so, was weiß ich, 20 Schlüssel oder so brauchen. Weil ich mal davon ausgehe, dass in den anderen Dingen nicht so viel drin sein wird. So, da sind wir doch hergekommen, oder? Da sind wir hergekommen. Da oben stand irgendwas mit Eingang und hier Obstfarm. Zu der Obstfarm will ich aber nicht. Wir gehen jetzt mal da oben zu der Schlucht. Keine Ahnung warum, aber ich habe einfach die Hoffnung, dass das wirklich was bringt. und dass wir dann auch irgendwo, irgendwann zu diesem verdammten Darkwood kommen. Da leuchtet es ja auch schon wieder, ne? Da blinkt es, aber da unten blinkt es ja auch. Also, das macht mich irgendwie alles total kirre. Naja, wir gehen mal rein.